Musik Hier im Unterricht, da gibt es so ein Skelett, der heißt Kuttel. Da lernen wir über die Körperteile, über die Knochen und das ist sehr interessant. Und wir lernen viel über Tiere, über die Umwelt und was man sonst noch alles besitzt. Musik Über den Menschen lernen wir auch sehr viel, über die Organe, über das Herz zum Beispiel, über die Lunge. Wir lernen welche Knochen, welche Organe schützen. Der Bio-Unterricht ist also wirklich sehr interessant. Musik Wir machen keinen Schmutz, wir sind für Umweltschutz. Wir machen keinen Schmutz, wir sind für Umweltschutz. Im Bio lernen wir über Menschen, Tiere und Pflanzen. Bitte vergiss nicht deine Schulranzen. Musik Und wir kapieren? Logisch! Musik 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 Musik